Hallöchen und Willkommen zu Ellen's White Page. Ich kann leider überhaupt nicht zu dem Spiel sagen, außer dass es von ein paar Studenten ist, weil es ist auf Spanisch. Wo ist meine Maus hier? Und nichts Spanisch. Deswegen, wir sind schon mitten im Spiel. Es gibt hier kein Menü, kein Hallo. Gibt es hier Ton? Können wir hier irgendwas machen? Gibt es hier Ton? Ich höre nichts. Ah, jetzt. Oh, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was es geht. Funktioniert hier irgendwas? Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Aber warum ist denn der Teppich immer noch nie ordentlich hingelegt? Was ist denn da los? Können wir hier irgendwas tun? Guten Tag. Hallo. Da flackert was, das finde ich nicht gut. Hallo, Mutti. Was geht ab? Oh, was ist das? Kommt mal dahin. Mal gucken. Du siehst nicht gesund aus, mein Freund. Oh, hier. Okay. Oh, das sieht aber echt cool aus. Hallo. Guten Tag. Abstrakte Kunst. Nice. Oh, ich liebe diese alten Telefone. Die Kerzenlechte habe ich auch. Zwei Pippis. Nochmal zwei Pippis. Oh, das ist ein Frauenhaushalt. Oh nee, hier sind noch Männer. Ich liebe solche alten Fotos. Oh, abgeschlossen. Hier muss eine neue Birne rein. Hoch abgeschlossen. Was ist denn da los? Was hat sie gemacht? Oh nee, oder? Oh. Guck mal, da leuchtet was. Was ist denn das? Und das da, was ist das? Soll das wie Augen sein? Ich erkenne doch wieder nichts. Angst. Jetzt muss er mich anspringen mit dieser Schnalle. Hallo. Hoch. Okay, wir erkunden jetzt zumindest schon mal ein bisschen das Haus. Krisenlichtschalter. Hier ist auch abgeschlossen. Ton ist da. Ach, die Bilder sind cool. Können wir mal ein bisschen gucken. Vielleicht kennen wir ja irgendjemanden. Also das haben wir schon mal gesehen. Okay, wir haben hier Kinder im Haus. Finden wir nicht so gut, aber ist halt so, ne? Hoch. Hallo. Guten Tag. Oh, jetzt haben wir wieder Ton. Ist interessant. Hoch. Ich komme ja nicht rein. Warum nicht? Okay. Hm. Da kommen wir nicht rein. Nein, nein. Was ist so? War Tata immer? Hä? Hallo? Vigila las esquinas. Was? Sei que te asusta la oscuridad. Mhm. Okay. Also ich hätte gerne eine Schinkenpizza. Also ich hätte gerne eine Schinkenpizza. Also es war eigentlich jetzt nicht so, weil ich leider nicht verstehe. Du kannst mir jetzt gerade die festen Halt wünschen. Ich finde es trotzdem toll. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir das verstanden habe. Ich habe trotzdem gerne immer noch eine Schinkenpizza mit ganz viel Käse, bitte. Aber die Bilder, das ist echt cool gemacht. Ja, was hast du denn? Hier ist dunkel. Oh, hier ist auch... Oh, hier. Eine Schiebetür ist gerade aufgegangen. Leute, ich sehe nichts mehr. Wo war denn diese Schiebetür? Ah, hier wo das Licht ist wahrscheinlich, ne? Ich eile. Ah, Taschenlampe, Flashlight. Ah, ich bin da. Ja, da bin ich nicht mehr. Hat er toll gemacht? Oh, hier liegen. Sind das Bohnen? Das liegt da auf dem Boden. Oder Müll ist nicht rausgebracht. Ey Freunde, der Sonne, das geht so nicht. Ordnung und Sauberkeit, ganz wichtig. Oh, das ist cool. Das ist nice. Guck mal jetzt hier irgendwo rein. Ist der komische Quatschetyp noch da? Was? Was hat sie? Wie? Hier vielleicht? Lecker? Und wisst ihr, ich höre dich heulen, aber ich sehe dich nicht. Ich weiß nicht was er hat, du kannst nicht sagen. Hallo? Du musst wieder hoch? Warte ich eile, ich bin unterwegs, Rudi, ich bin gleich da, nicht weinen. Alles ist gut, ich kann nicht mehr wirklich. Rudi ist für Schlüssel, super. Was hat er gesagt? Ich verstehe das nicht. Hau ab. Ich gehe, Tschüssi. Ich will aber doch nicht gehen. Das ist voll interessant. Und da ist auch eine Tür. Kann ich da auch mal... Ja, mach mal auf. Hier. Ich vermute mal hier die Tür. Ich gehe doch schon. Ist doch auch los. Nee, hör auf. Oh, Schlafzimmer geil. Ich dachte jetzt schon, das ist vorbei. Das wäre jetzt doof. Warte mal. Moment. Das Zimmer kennen wir doch schon. Guten Tag, was steht denn da? Everything you believe ist alles so an, was du glaubst, ist nicht real. Du weißt doch gar nicht, an was ich glaube. Was ist denn los mit dir? Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist das die gleiche Hütte? Bin ich jetzt woanders? Orientierung auf Wiedersehen. Ist das immer noch zu? Schön, wir wollen uns Kinderlachen. Geil. Ist das das gleiche? Hallo? Ist das die gleiche Hütte nochmal? Bin ich jetzt woanders? Hier ist was runtergefallen. Guck mal. Hebst du das wieder auf? Finden wir das in Ordnung? Es hat alles Geld gekostet. Du spinnst wo? Das war die teure Minge. War also du Idiot. Und Game Boy! Uh, mit Zelda! Oh, ich habe es doch so gehasst, das Spiel. Geil. Hallo? Ich finde hier ist jetzt so ungeruch. Hallo, guten Tag. Kann man hier irgendwas machen? Da steht ja immer hinter mir. ganz viele videokassetten und wo ist der rekorder dazu hübschen was ist hier los was ist denn hier los euch eine zeitschrift aber ich finde das ist echt schick gemacht mit unreal engine haben sie das gelegen gekriegt ich bin echt im überlegen wird das vielleicht auch mal auszuprobieren weil hier irgendein spiel hin zu zaubern das kriegt vielleicht besser hin als zu überleben ich bin verwirrt sind wir jetzt draußen guck mal hallo wer bist du wie komme ich denn dahin warte ich eile oder auch nicht weiß ich nicht komme ich dahin abgeschlossen entschuldigung sonst hätte ich jetzt mal geguckt bist du noch da ja warte hallo und ich mach das wieder an das war schön so weg gefallen macht die mucke wieder an lieber cool freunde das haben ein paar studenten hierhin gezauberten ich weiß doch nicht um was es geht wie gesagt keine ahnung das ist doch hier weiß ich nicht ob da eine existiert was war jetzt oh hi guten tag macht er mich jetzt tot hallo hallo wer bist du okay musste ich mit mir reden ist in ordnung können wir rennen dann schauen wir mal weiter hier ist ein telefon hallo guck mal hier rein oh nicht hallo guten tag oh hier taschenlampe her damit schlüssel geil ja damit ich bin jetzt gar nicht so schlecht gut platziert eigentlich nicht so übertrieben eigentlich laut oder so verstehe es mir nicht wie gesagt ich habe keine ahnung story ich habe leider kann kein spanisch schon wieder was ist los steht ja immer noch da jetzt gucken wir mal jetzt haben wir ja nicht an wo bist du traurig bist du die püppi bist du die die weint machst du von zu von die hier an wo die wo bist du ich höre die fäule noch ist das der herzschlag oder kommt die angehundel zu schmerzen im wehen vielleicht vielleicht hingefallen ist er noch da ist er noch da ja er ist noch da ich eile ich bin gleich da mein freund ich bin gleich da warte alter was ist los kann man nicht mehr los wo die hier nicht weinen alles wird gut hier ist sturm und wie du klingst jetzt aber nicht weinen ich habe einen Schlüssel heißt es ich muss gehen nee warte mal da oben ist doch jemand gewesen ich bin gleich in meinem zimmer hier oder hallo hoffa hoffa wo ist die mutter ab hier ammer stressjagd mit der mutter und die hat sich noch tschüssi oder sind wir abgehauen und die mutter weint jetzt hier die ganze zeit roh mache ich ich gehe dann mal chies modi bist du selber raus ich bin weg ich bin wirklich hoch ich kann das nicht lesen ja ich komme ich hallo der kopf ist noch da okay das ist witzig jetzt wird schon wieder so dunkel leute er hat sich nichts geändert okay wo die jetzt immer wieder hier alles klar hier ist das selbe bild hier hoch ja vielleicht das kind neue heule das ist ein lachen das sind kinder lachen ich weiß nicht ob wir hier irgendwas machen müssen abgeschlossen redet er jetzt wieder mit uns hallo ich mag dieses voice acting eigentlich versteht zwar kein wort aber es klingt gut ellen habe ich verstanden das habe ich verstanden muss man denn hin ach so hier raus mach mal auf die tür hier ich glaube wir müssen irgendwas machen jetzt ist die tür offen der mit heißt ich war zu langsam habe ich nicht gewusst sie tür aufgeht ok muss ich mal versuchen da rein zu rennen entschuldige das ist nicht lustig warte mal hier oben der schlüssel war hier alles klar warte 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 die tür hier zack ok können wir hier irgendwas machen können ja nichts machen ich habe keine ahnung ob man hier was triggern muss damit man weiterkommt ich weiß auch nicht doch also hier steht ja dann wenn oben hier oben steht er dann es sieben ihr weiß ich nicht was ist das hier kann man denn hier das ist der sicherungskasten ist wo die basis nicht runtergefallen jetzt gucken wir uns erstmal die base anguckst du hier da ist noch so schöne base pass auf jetzt fällt sich herunter ich muss irgendwas triggern dass die base umfällt da ist eine kaputte base schöne was kaputt keine ahnung was wir hier machen müsste eventuell ich weiß es nicht aber es ist halt nett keine jumpscares oh hier tschuldigung genau hier steht da wird auch wer auch immer es ist war die kriegt das bestimmt irgendwann mal noch raus ich glaube die jungs sind immer noch dabei das weiterzuentwickeln also die arbeiten halt immer so in ihrer freizeit wohl dran das habe ich glaube ich verstanden aber sonst ist die musik wieder aus irgendeine tür habe ich jetzt gehört genau die ging auf und hier war eins zack wo die nicht anfangen zu weinen jetzt wieder der ist gar nicht da warum bist du nicht da wo die weinen schon wo die ist schon am heulen ist ja schon offen du stehst da also hier sehe ich noch ich bin weg nee ich habe keine ahnung aber es ist ganz witzig ja das war kein klopfen oh hier am fenster vielleicht also ich habe keine ahnung ich weiß nicht ob man hier irgendwas trickern muss oder ob es überhaupt weiter geht das weiß ich nicht könnt ja selber mal spielen vielleicht habt ihr ja eine idee oder kommt in dem spiel weiter oder kennt es schon könnt das mir gerne mal in die kombis hauen wie gesagt ich habe keinen plan ich will das jetzt auch nicht ja noch schon mal versuchen deswegen sage ich jetzt mal vielen dank fürs zuschauen und dann bis zum nächsten game mini game was auch immer bye bye